Hallo zusammen! Blende 8 ist nur etwas für Schönwetterfotografen. Warum das manchmal tatsächlich so ist und manchmal natürlich nicht, erkläre ich in diesem Video. Ich zeige nochmal ganz kurz ein Video von der Nordsee, denn darum geht es. Daraufhin habe ich ganz viele Fragen gekriegt, die ich in diesem Video beantworte. Viel Spaß! Vielen Dank! 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 Danke! Danke! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!